Ich brauche nämlich Munition. Ah, Munition für den fetten. Ok, kommen wir nicht mehr durch. Geht, kommen wir durch. Wir haben jetzt noch 20 Schuss. Ich fühl mir halt nicht. Hey, wo du bist, Roboter? Ja, das ist wieder. Lass mich nicht stürmen beim Robots abschießen. Ich brauche mal die Zungen der Aufladung. Oh Scheiße, die meiste Munition liegt ja dort unten, dort unten, wo ich nicht rankomme. Kann ich hier aufladen? Natürlich nicht. Keine Money mehr, oder? Könnte ich da runter springen, aber da gibt es Heilung. Alter Schwede. Oh Manni, kann ich nicht mit dem Messer ausschalten, oder doch? Gute Nachts. Kann ich nicht. Ach du Scheiße. Wo sind wir hier gelandet? Ich habe mal die Schienen umgestellt, oder nicht? Die Spannung ist für den großen Auto. Ich muss besser treffen. Irgendwie liegt meine Munition. Das ist nicht viel Munition. Das ist ein Problem. Das ist alles. Ich bin dann nicht mehr bei uns. Ich bin dann ja bei uns. Ich bin dann sicher. Ich bin dann sicher. Ich bin dann sicher. Ich bin dann sicher. Das ist ein Panzerung, wenn schlecht, ja? Ach. Das kommt so ein kleinerer. Ach, Scheiß, Licht habe ich nicht erwartet. Nicht gut. Brauchen wir nicht so ein. Das ist auch nicht schlecht. Das ist ein Panzerung. 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 Ah, was ist das? Da kann ich alles. Und rein, hier? ich hoffe jetzt kommen keine mehr von denen jetzt hier ganz gern von oben kämpfen das wird mir wahrscheinlich nicht vergönnt sein ach du scheiße was war das für eine taktik vielleicht kann ich auch einfach rein in den zug und losfahren wird wahrscheinlich nicht klappen aber wir müssen die abgelassenen Bahnhof nördlich von dir holen sie warten schon auf dich tun kann ich noch nicht dass sie auf die so viel verpulgern muss hier kann ich noch nicht Keine. Keine Munition. Wie soll ich das denn finden? Wie soll ich das denn? Ja. Wie soll ich das denn finden? Erstmal es aufmachen Die Seilung Ich mache hier Sneaky Ich schaffe sie durch zur Maschine Ich glaube zur Maschine und zum Zug laufen ist kein Ding So schaffen wir es nicht Alter Schwäner Ich rüste mich erstmal aus bevor ich den Knopf drücke Hier ist der Slayer Dissen Rüstung wäre nicht schlecht Die scheiß Meeren Boxen Scheiß Meeren Boxen Dissen Rüstung wär nicht schlecht Und auf geht's. Okay, noch kurz lang, dass ich hier noch was finde, nein. Da unten gibt's ja heute noch Kisten. Ja, verdammt. Und auf geht's. Was zum Henker? War das denn? Das wäre ein mieser Versuch. Okay. Ich glaube, ich habe noch eine Möglichkeit. Habe ich noch nicht ausprobiert. Könnte spaßig werden. Ähm. Die Methode nennt sich. Wird allgemein der Lee Roy Jenkins genannt. Wird noch mal lustig. Geht dann ungefähr so. Re-Roy Jenkins. Ich renne einfach durch. Das hat bisher auch so gut geklappt. Und auf geht's. Hat geklappt. Wie gut hätte die Lee Roy Jenkins. Durchrennen. Durchrennen. die mitzugen. Okay, nun. Ich mach mich an die Arbeit. Ein Bekannter von mir macht die Transportfahrten zu den Schiffswerfen. Klassiker. Alles klar, Horst? Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ja, klar. Sie versorgen die U-Boote des Regimes in Europa mit Torpedos. Verstecken Sie sich in diesem Torpedo hier. Horst schmuggelt Ihnen ins Hauptlager. Und Sie wachen in einem U-Boot hinauf. Das klingt ja noch am Scheißplan. Und falls Ihnen Matrosen in die Quere kommen, wenn Sie an Bord des U-Boots sind, bringen Sie dieses Ding in den Funkraum und lassen Sie die Antennen... Das kann ja gar nicht schief gehen. Wir brauchen Funkkontakte. Für Himmelsfahrtskommando. Für Himmelsfahrtskommandos. Und wie der Beste. In der Dunkelheit verschwinden die Träume. Sie sind weit weg. Im Moment vermisse ich nur das Licht. So gut ist es hier gar nicht. Ach du Scheiße. Also... So... Zack. Kann man jetzt hier durchschleichen. Das wäre mir ganz lieb. Das sind noch. Scheiße, da ist hier jemand. 100 Zoll. Das wollte ich gerade nicht. Ich habe den Krieger in den Troll. Ich habe den Krieger in den Troll. Ich habe den Krieger in den Troll. Er wurde zuletzt in den Torpedoror gesichtet. Wer wird mit euch und kümmert euch? Ah! Ah! Verwaffne mich. Wie groß kann denn diese Mannschaft sein? Alle tot oder was? Verschlossen. Das kommt gar nicht in Frage. Nicht mal wenn du so einen Roboter hast. Oh kacke. Ruckzuck. 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 Unweilend. Irgendwo noch mehr Einung. Ach du Scheiße. Das hätte ich doch geschafft. Es muss doch jetzt ein Fett-Checkpoint geben. Ah ja. 20 Schuss habe ich da drauf. Stirb! Du sparotzende Kaka-Nake! Rücken weg! Ich lege! Okay einer ist durch. Mess den ein habe ich durch den anderen durch erschossen. Mess den einen habe ich durch den anderen durch erschossen. 150 leben ist nicht schlecht geht's hoch die besatzungsmitglieder auf der brücke alle schon tot der unbrenntag 11 diese tage-unbrennträger das weiß ich wie das geht Das war's für heute. Er hat doch die Friedi vertragen. Hoffentlich ein Checkpoint. Schöner Checkpoint. Schöner Checkpoint. Schöner Checkpoint. Oh, ich habe nach drei Ingres. Ah, du Scheiße. Jetzt ist doch irgendwo Hähnung. Ja, ich habe einen Hähnung. hat sich hier fast schon ein 3d kartzer die gänger Ach du Scheiße, das ist doch Unbereidung. Ach du Scheiße. Bitte, bitte Mann. Nicht das Ganze nochmal. Vierer Checkpoints. Vierer Checkpoints. Vierer Checkpoints. Nein. Und vierer Checkpoints. Lass ihn zu dir kommen. 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 Alles Batman. Gibt es noch Reilung? Da ist jemand herkommen. Ja, es ist weg. Das war ja nun. Das ist ja tak du schon. Komm doch. Untertitelung des ZDF, 2020